Hallo und herzlich willkommen zurück meine lieben Yugi-Tuber zu dem zweiten Teil meines Yu-Gi-Oh! Duelist Pack Jaden Yuki 2 OCG Box Openings. Ja, uns fehlen wirklich nur noch 2 Karten um dieses tolle Set zu kompletieren. Denn natürlich, wie ihr euch denken könnt, sind das natürlich noch die restlichen 2 fehlenden Super Rares. Das wären zum einen der Lichtphaser und der Kantenhammer. Ja, drückt mir hier einfach nochmal ein bisschen die Daumen, liebe Yugi-Tuber, dass wir vielleicht diese beiden Super Rares noch pullen können und von den Rares vielleicht auch nochmal die restlichen 5 jeweils einmal pullen können. Hier haben wir als erstes O-Oberseele, dann Falscher Held. Hier haben wir Nice, das ist schon einmal Neo-Weltraum-Flair-Scrap. Hier haben wir Wunderkind wieder und Elementar-Held Neos. Zweites Pack. Ja, dieses Video geht auf jeden Fall diesmal sehr schneller wie der erste Part. Einfach weil wir jetzt mittlerweile die ganzen Karten des Sets schon kennen. Hier haben wir eher rechtschaffendes Urteil, dann Elementar-Held. Und Nice, hier haben wir den Kantenhammer. Natürlich sehen wir hier auf dem Artwerk Blade Edge, also eine Waffe von Blade Edge. Nice, hier haben wir wieder Heldenbarriere und Heldenblitz. Nice, somit fehlt uns jetzt Gott sei Dank nur noch eine Holo. Und zwar der Lichtphaser und dann haben wir dieses tolle Set komplett. Diese Tippkarte hatten wir auch noch nicht, also jetzt auch die komplett fast bis auf eine. Hier haben wir wieder R, rechtschaffendes Urteil, dann Kontakt. Hier haben wir Neo-Weltraum, Aqua-Dolphin, Nice. Ebenfalls zum zweiten hier haben wir wieder Heldenbarriere und noch ein Elementar-Held Neos. Also schon mal einige Karten wieder, die ich auf jeden Fall dann für das Jaden Deck aus der zweiten, dritten und vierten Staffel dann benutzen kann. Ja, und hier ist die letzte Tippkarte, dann hätten wir die Tippkarte auch komplett. Hier haben wir wieder H, heißes Herz, Neo-Weltraum. Nice, den haben wir jetzt auch noch mal gezogen. Elementar-Held-Flair Neos können wir auf jeden Fall auch noch mal brauchen. Hier haben wir wieder Heldenbarriere und nochmal ein Elementar-Held Neos. Wo ich mir gerade den zumindest in diesem Set noch als Rare gewünscht hätte, da ja leider schon bei Strike of Neos auch nur eine Kamen war. Was ich eigentlich nicht verstehe, da ist ja dann ab der zweiten Staffel mit der Gesellschaft des Lichts ja eigentlich Jadens Ace-Bones, das so wie von Yugi es halt der schwarze Magier war. Aber okay, hier haben wir wieder Oberseele, hier haben wir Heldenkind und hier haben wir die Daumen drücken. Hier haben wir nochmal Elementar-Held-Dark Neos. Ja, auch nicht schlecht, aber ich hätte mir jetzt lieber was anderes gewünscht. Ich hoffe, dass sie auf jeden Fall hier noch eine Holo pullen können. Hier haben wir wieder Wunderkind und Kontakt. Denn sonst wäre das echt schade, muss ich sagen. Jetzt sind wir auch schon wieder beim fünften Pack von 15 angelangt. Hier haben wir wieder diesen Zyklonen-Boomerang. Dann gemeinsame Seele. Nice, den haben wir jetzt auch doppelt gepullt. Elementar-Held-Aquaneos in Rare können wir auf jeden Fall auch brauchen. Hier wieder Wunderkind. Und nochmal Elementar-Held Neos. Ja, somit haben wir noch mit dem 10 Packs übrig, wo wir hoffentlich noch eine letzte Holo pullen können. Und wenn, dann hoffe ich natürlich, dass das dann der Lichtphaser ist. Also drücken wir da auf jeden Fall noch die Daumen, liebe Yugi-Tuber. Hier haben wir wieder den Zyklonen-Boomerang. Dann verpuppter Delfin. Und noch einen Kantenhammer in Super-Rare. Ja, was soll ich sagen. Höltenbarriere. Maskierter Hölte. Ja, das ist ein bisschen schade. Neun Packs noch. Also vielleicht können wir doch noch eine Holo pullen. aber es wird immer enger. Ja, hier haben wir wieder Oberseele. Dann feuchter Held. Noch einen vierten Elementar-Held Wild Edge in Rare. Ja. Dann wieder Höltenbarriere. Und Elementar-Held Neos. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir nochmal den Dark Panther vielleicht auch nochmal als Rare doppelt pullen können. Also über den würde ich mich auf jeden Fall freuen. Hier haben wir wieder eher rechtschaffendes Urteil. Dann Kontakt. Noch ein Neo-Waltraum-Aquadolphin. In Rare dann Wunderkind. Und Elementar-Held Neos. Ja, sechs Packs verbleiben. Vielleicht können wir wirklich noch eine vierte Holo hier raus pullen. Also drücken wir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen die Daumen-Liebe-Yugi-Tuber. Würde mich zumindest wirklich sehr freuen. Dann hätten wir zumindest dieses tolle Set komplett. Und hier haben wir wieder Oberseele. Hier Elementar-Held Neos. Dann nochmal ein Wild Edge. In Rare. Dann wieder Höltenbarriere und Höltenkind. Ja, fünf Packs noch mit dem. Es wird immer enger und spannender. Vielleicht bekommen wir noch den Lichtphaser. Hier mal wieder H. Heißt es jetzt. Dann Neo-Waltraum. Noch ein Neo-Waltraum-Aquadolphin. Gut, wo ich das gerade sehe, kann ich den eigentlich auch hier weg tun. Hier mal wieder Höltenbarriere. Und Elementar-Held Neos. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass wir zumindest nochmal den Neo-Waltraum Dark Panther bekommen. Hier mal wieder H. Heißt es jetzt. Neo-Waltraum. Noch ein Neo-Waltraum-Flair-Scarab. In Rare-Down. Wieder Wunderkind und verpuppter Delfin. Ja, drei Packs mit dem noch. Also ich hoffe natürlich immer noch, dass sie vielleicht wenigstens noch eine Holo bekommen können. Hier haben wir eh eiliger Notruf. Höltenblitz. Dann hier nochmal ein Elementar-Held Blade Edge in Rare. Höltenbarriere. Und Elementar-Held Neos. Ja, also es wird wie gesagt immer enger und enger und enger. Aber drückt mir dennoch noch ein bisschen die Daumen, liebe Yugi-Tuber. Hier haben wir wieder Oberseele. Dann Neo-Waltraum. Dann noch ein Flair Neos in Rare. Wieder Wunderkind. Wild Heart. Ja, letztes Pack. Vielleicht hier noch die große Überraschung. Ja, hier mal H heißt es jetzt. Ah, Neo-Waltraum. Dann noch ein Flair Neos. Schade. Wirklich schade. Wunderkind und Elementar-Held Neos. Ja, leider dreimal. Drei doppelte Super-Rairs. Ja, das heißt für mich wohl oder übel, dass ich dann in nächster Zeit auf jeden Fall, wenn ich noch eine Box finden sollte, die mir noch eine zweite Duoless Pack Chain Yugi 2 Box aus Korea holen werde. Und ja. Damit sind wir doch am Ende des zweiten Teils angelangt, liebe Yugi-Tuber. Wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder auch ein Abo. Und wie immer, für sonstige Fragen oder Anregungen könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Und besucht auch gerne meine Facebook-Seite, damit ihr auch da rund um meinen Kanal und meine Yugi-O-Projekte immer auf dem neuesten Stand seid. So wie meinen eBay-Shop, wo ich euch auch immer einige Karten zu guten Fernpreisen anbiete. Bis dann, euer Card Collector 116.